Am Ende der Aufwachensreihe kommt man immer auf jene Quell-Trieb-Energie zurück, die im Inneren des Körpers sich vermehrt und irgendwann, wenn der Damm voll ist, überquälen will, überlaufen will und entweder als Horror des Tödlichen einer falschen Unlust, die man loswerden und abführen will, empfunden wird, weil man des adäquaten Zielobjekts verlustig gegangen ist. Oder aber als nervöses Kitzeln, das begrüßt wird, um die Abenteueraktionen der Feuervögel im Erjagen des Kairos zu befeuern, zu bedienen, zu energetisieren, auf alle Fälle aber, dass dieses Etwas, dieses aus dem Unteren, euch herunter, aus dem Bauch-Denkorgan entstehende, Genießens oder Begehrens oder Begierde energetische, schon genau weiß, worauf es hinaus will und wodurch es sich entwickelt hat über die Jahrmillionen, dass es sein Ziel finde, für das es sich produziert, so wie sich der Hollywood-Film als Spielfeld in der Ternière aufgespeizten Tee-Raumzeit ebenfalls als Aktionsfeld produziert, als Schachbrett, auf dem die strategischen Züge gezogen werden. Am Ende ist es das Organismische Selbst. Oder nennen wir es, so wie Lacan sagt, dass das Unbewusstige strukturiert ist, nicht wie, sondern als eine Sprache nennen wir es diese andere Korpuskulanten, Syntagmatik und Semiotik und Grammatik des Körpers, das genau weiß, was es will, auch wenn es davon keine Nachricht, keine Botschaft, keine Information abgibt, weil diese zu komplex wäre. Deshalb freilich die Lebensvertrauenden, Reproduktionsfähigen auf dieses Wissen des Körpers und der Natur vertrauen, das schließlich schon wissen wird, worauf es hinaus will und ihm deshalb auch jenen Charakter der Unsterblichkeits- oder Ewigkeitsillusion zuschreiben. Das wird schon bewahren, dasjenige, was es geschützt, behütet, entwickelt hat, reguliert, reorganisiert, alltäglich immer wieder in wahrlich wundersamere Organisationsfähigkeit. Und wenn es dann zudem eine Weltkonstruktion auswirft, als diesen heraklitisch-dreidimensionalen Film in vertikaler Aufführungspraxis, dann Punkt, 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 ach, lassen wir das. Wir haben schon genug darüber gelabert. wir haben schon genug darüber gelabert. Vielen Dank.